Die Stadtwerke in Eisenhüttenstadt feiern 30 Jahre. Auf dem Gelände der Schwimmhalle im Außenbereich befindet sich dort ein geeigneter Platz. Sonst startet hier der Grand Prix mit Energie jedes Jahr. In diesem Jahr zum Anlass der 30 Jahre konzentrierte man sich jedoch auf das Fest. Und das war auch gut so, denn die Temperaturen waren teilweise so hoch, dass an Laufen oder generell an Sport kaum zu denken war. So suchten sich die meisten den Platz im Schatten unter den Zelten. Während das Programm auf der Bühne stattgefunden hat, für die Kinder gab es mehrere Möglichkeiten, Spaß zu haben. Hüpfbogen, Quad fahren, spielerisch verstehen, wie Strom funktioniert oder sich auch abkühlen bei der Feuerwehr waren Aktivitäten, die gut angenommen wurden. So sind die Ecken für die Kinder auch so weit wie möglich an den schattigen Plätzen aufgebaut worden. Eröffnet wurde das Fest vom Spielmannszug und genauso lokal ging es dann auch weiter. Tanzvereine, Künstler, Sänger aus dem Umfeld begeisterten, die Besucher. Zu 30 Jahren Stadtwerke gehört natürlich auch die Geschichte. Der Geschäftsführer Robert Böswetter traf auf einen ehemaligen Geschäftsführer der Stadtwerke, Bernd Rote-Seimann. Und so sah man viele Gesichter, die im Laufe der Zeit mit den Stadtwerken zu tun hatten. Auch die ehemalige Bürgermeisterin Dagmar Püschel war zu Gast. Durch die hohen Temperaturen ging die Bratwurst und das Bier jedoch etwas langsamer weg. Was durchaus verständlich war. Doch je später es wurde, desto entspannter wurde auch das Wetter. Die Temperaturen kühlten herunter und das Tanzblut fing an zu kochen. Die Ersten stürmten die Tanzfläche. Bis 21 Uhr ging das Fest und entgegen der Erwartungen, dass doch viele aufgrund der Temperaturen nicht oder nur kurz erscheinen würden, war der Platz durchgehend gut besucht und so konnten die 30 Jahre auch angemessen gefeiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017